Parshni Baddha Paschimottanasana ist die Vorwärtsbeuge mit verschränkten Fersen. Ausgangsposition ist der Langsitz. Von hier hebe die Arme hoch und beuge dich nach vorne. Gib die Unterarme auf die Zehen und fasse dann von oben mit den Händen um die Füße und falte dann um die Fersen. Das ist an Parshni Baddha Paschimottanasana die Vorwärtsbeuge mit gefassten Fersen.